Oh nein, nicht schon wieder den Zehnten geben. Habe ich gerade deine Gedanken laut ausgesprochen oder gehörst du ja zu den Leuten, die sich bei diesem Thema freuen und Luftsprünge machen? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier dabei bist. Mein Name ist David Dück und wir gehen gleich ins Thema rein. Müssen wir Christen den Zehnten geben? Sind wir verflucht, wenn wir ihn nicht geben? Sind wir auch so gesegnet ohne geben? Und so weiter. So viele Fragen. Müssen wir den Zehnten, wenn wir ihn geben, vom Brutto geben oder müssen wir ihn vom Netto geben? Der Zehnte ist einfach ein Thema und es wird wahrscheinlich auch immer ein Thema sein. Heute will ich einfach noch ein bisschen Klarheit schaffen in diesem Bereich. Ich habe schon mal zwei Videos darüber gemacht. Es ist jetzt der dritte Teil. Allerdings kannst du diesen Teil auch anschauen, ohne dass du die anderen Videos gesehen hast und was hier mitnehmen. Ich denke, es wird was ganz Wichtiges sein, falls du noch nie über den Zehnten gehört hast, sowieso was ganz Neues. Aber wenn du schon viel gehört hast, dann wird es auch erst recht was Neues sein. Die Sache ist die, der Zehnte ist umstritten. Und das liegt daran, weil du ihn unterschiedlich praktizieren kannst. Du kannst den Zehnten als eine Gesetzlichkeit praktizieren oder du kannst den Zehnten aus einer Offenbarung heraus praktizieren. Und das macht den Unterschied. Und dieser Unterschied entscheidet am Schluss, ob du was davon hast oder es für dich funktioniert oder auch nicht. Und ich muss auch jetzt sagen, ich glaube, es gibt viele Gläubige, die keine gute Erfahrung machen im Bereich Zehnten geben, aber es praktizieren und es als eine Bürde empfinden und es schwierig ist für sie. Und das hat natürlich Gründe. Gehen wir ganz kurz in diesen Text rein. Wir wollen ihn nicht von ganz vorne lesen, aber wir gehen da in Malachi Kapitel 3 und da heißt es ab dem 8. Vers, da sagt er, ist es recht, dass ein Mensch Gott beraubt, wie er mich beraubt? Aber ich sage dir, inwiefern berauben wir dich? Beim Zehnten und bei den Opfergaben. Darum seid ihr auch verflucht, sodass euch alles unter den Händen zerrinnt. Denn ihr beraubt mich allesamt, bringt aber die Zehnten ganz in mein Vorratshaus, damit in meinem Haus Speise sei und prüft mich hierin, sagt der Herr Thebot, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und Segen herabschütte in Fülle. Und ich will für euch den Fresser bedrohen, damit er euch nicht die Frucht auf dem Feld verdirbt und damit der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, sagt der Herr Thebot, sodass euch alle Nationen gesegnet nennen werden. Denn ihr sollt ein Land der Freude sein, sagt der Herr Thebot. Ich will, dass du ganz klar hier siehst, dass Gott nicht einfach irgendwelche Gebote raushaut, um einfach den Menschen es schwierig zu machen. Das ist aber, wie wir auch hier in dem Text sehen, später heißt es dann, wie redet ihr gegen mich, ihr redet hart gegen mich, ihr sagt, es ist hart, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und so weiter und so fort. Und worauf ich einfach gleich mal ein Augenmerk legen will, ist, dass wenn du etwas aus dem Gesetz machst, aus einer Gesetzshaltung, dann ist immer alles schwierig, dann ist immer alles wie eine Bürde. Warum? Weil du einfach etwas einhalten möchtest, weil du einfach etwas einhalten willst. Und alles, was ein Gesetz für dich ist und was du einfach nur so einhältst, hat nur die Frucht als Belohnung, nicht den Segen, wie Gott verheißen hat, sondern deine Selbstgerechtigkeit. Und das ist das Problem. Viele Gläubige praktizieren den Zehnten aus einer Gesetzeshaltung heraus. Sie tun es aus Pflichtbewusstsein. Sie denken, sie müssen es tun. Sie müssen es tun, sonst sind sie verflucht. Sie schauen alles von dieser Seite aus an, sonst passiert jenes, sonst wird das. Das ist die gesetzliche Haltung. Und aus dieser Haltung gibst du, weil du Angst hast, gibst du auch, weil du denkst, du musst und dann letztendlich ist es eine Selbstgerechtigkeit, wo du dir danach auf den Schulter klopfen kannst und sagen kannst, okay, habe ich eingehalten, habe ich gemacht, und so weiter. Und wir müssen verstehen, geben tun wir in Gottes Reich, wenn wir wissen, dass Gott das Bessere für uns hat, das Bessere für uns will und dass er, wie es hier steht, die Saat segnen will, ja, den Fresser bedrohen will. Das, was uns sozusagen fertig machen will auf dieser Erde, will er weghalten von uns. Und aus dieser Sichtweise siehst du das ganz anders und würdest du ganz anders geben, wenn du das weißt. Aber, und hier kommt mein großes Aber, wenn die Kirche oder wenn der Leib Christi seit zig Jahrzehnten und Hunderten vielleicht gegen irdischen Wohlstand redet und gleichzeitig diese Bibelstelle benutzt, dann brauchen wir uns eben nicht wundern, warum dieses ganze Chaos entsteht. Weil, wenn wir nicht Gott glauben dürfen für das Beste, wenn wir nicht das Irdische hier auf dieser Erde schon empfangen dürfen, dann macht das ganze Geben keinen Sinn. Somit haben wir den Leib Christi dorthin gebracht, dass der Leib Christi, wie gesagt, aus dem Gesetz einfach diese Sache macht, ohne irgendwie, dass da was raus resultiert. Heute im Neuen Bund, ja, durch das Werk Jesu Christi, geben wir nicht aus Gesetzeshaltung. Wir geben auch, selbst wenn wir den Zehnten geben, dann geben wir ihn nicht aus Gesetzeshaltung, sondern wir geben ihn aus der Offenbarung heraus, dass Gott uns segnen will. Deswegen geben wir. Und wenn wir glauben, wie ich manchmal auch manche gehört habe, ich habe schon mal Christen gehört, sie sagten, ja, aber ich bin gesegnet in himmlischen Örten und so weiter. Und dann zitieren sie die Bibelstelle, ich glaube aus Epheser, dass wir sind gesegnet und so weiter. So, das trifft nicht mehr auf uns zu. Wir sind immer gesegnet und so weiter und so fort. Dann muss ich halt eingreifen und sagen, bist du ein ehrlicher Christ oder bist du ein heuchelnder Christ, weil schau deine Situation an, schau wie es um dich herum ist, wenn dein Leben so aussieht wie hier, dass alles dir zerrinnt unter deinen Händen, dass dein Bildlichgesprochen, dein Feld verdorrt, dass nichts gelingt bei dir, dass der Fresser einfach dir alles auffrisst und du am Ende vom Monat einfach da sitzt ohne Geld. Die, wo du gegen den Zehnten sind, die wollen einfach sagen, dass wir nicht verflucht sind, weil Jesus Christus hat uns ja gesegnet und deswegen passt es nicht mehr dazu. Und du musst es nicht erst geben, damit du da nicht verflucht bist und all diese ganzen Sachen. Schlussendlich komme ich auf den Punkt und komme ich auf die Erkenntnis, dass du gesegnet bist als Christ, ja und Amen. Aber es bringt dir nicht automatisch einen irdischen Wohlstand. Und das ist der Konflikt, den wir haben unter uns im Leib Christi. Die irdischen Dinge haben alle einen Glaubensschritt, den du tust, um sie zu empfangen. Alles, was du von Gott auf dieser Erde empfangen kannst, was Gott dir geben will an Segnungen, hat eine Voraussetzung, hat einen Glaubensschritt. Und der Glaubensschritt für irdischen Erfolg ist das Geben. Das hat sich nie geändert. Das war damals mit dem Zehnten so und heute ist das genauso. Nur es geht heute nicht mehr darum, dass du unbedingt das 10% einhältst, sondern heute geht es darum, wie auch Apostel Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 9, heute geht es darum, wie du dir an deinen Herzen vorgenommen hast. Oder es geht eher darum, dass du eine Glaubenssart machst, dass du ihm Glauben gibst, dass du etwas gibst, was dich vielleicht persönlich, vielleicht was kostet, ja. Was ich sagen will, ist einfach nur, du gibst aus freien Stücken heraus. Aber wie gibst du aus freien Stücken heraus? Indem du die Offenbarung hast, dass Gott dich segnen will. Er will, dass es dir gut geht. Okay, deswegen tust du das. Du tust das, weil Gott etwas Gutes tun will. Und nicht einfach aus einem Pflichtbewusstsein, ich bin so gerecht, ich bin so toll, ich gebe immer meinen Zehnten, das schon seit so und so vielen Jahren und so weiter. Was gut ist. Aber Gott möchte nicht, dass du es aus dieser gesetzlichen Haltung machst. Er möchte, dass du es machst, weil er etwas für dich tun will. Die ganze Bibel sehen wir, dass Gott immer etwas tat für uns. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben hat. Gott gab was. Das ist einfach eine Einstellung, Charaktereigenschaft auch eines Christen. Sobald du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, sobald du dieses neue Leben bekommen hast, dann ist es geben ein Teil von dir. Und deswegen, ich verstehe persönlich gar nicht, wie du als Christ sozusagen dann da rummachen kannst und rumhampeln kannst und rumstreiten, wegen dem Zehnten. Für mich persönlich ist der Zehnte ein Minimum. Das ist die Kleinigkeit. Das ist die kleinste Sache, wo wir einfach so, wenn wir wollen, dass Gott unser Versorger ist, dass Gott unser Leben baut, dass Gott dahinter kommt, natürlich tun wir es doch, indem wir ihm aber was geben. Wir geben in Gottes Reich. Wir wollen doch geben. Wir wollen doch, dass Gottes Arbeit vorangeht. Wir wollen doch, dass Menschen errettet werden. Wir wollen doch, dass gepredigt wird und so weiter. Wir wollen doch so leben. Gott ist darauf aus, dass wir, obwohl wir eh schon das Herz haben für das Reich Gottes, dass wir dafür auch noch belohnt werden, wenn wir das tun. Das ist wichtig. Deswegen, ich will einfach nur hier zusammenfassend sagen, ich kann eigentlich die Einstellung nicht verstehen, warum man versucht, wegzukommen vom Geben. Warum man versucht, irgendwie das klein zu machen und einfach zu sagen, wir brauchen gar nichts zu tun und so weiter. Die Sache ist die, ich selber habe auch mal in einem Video gesagt, dass wir sind frei von dem Gesetz. Das ist ganz klar. Wir sind frei vom zehnten Gesetz. Christus hat uns frei gemacht vom Gesetz. Wir müssen das Gesetz nicht einhalten. Es ist keine, für die Errettung ist das einfach nicht notwendig, ja? Diese Gesetzlichkeiten einzuhalten, dass es uns irgendwie gerechter macht und so weiter, ja? Aber für dein Wohlwollen ist das auf jeden Fall Gottes Schlüssel oder Gottes Prinzip auf dieser Erde. Gib, so wird euch gegeben, ein überfließendes, ein überlaufendes, geschütteltes, gerütteltes Maß. Wird man euch in euren Schuss geben. Deswegen immer wieder sehen wir, wenn es ums Geben geht, und hier ist es eben im zehnten zum Beispiel, sehen wir, dass es darum geht, dass du dabei gut herauskommst. Du kommst dabei heraus. Deswegen auch die Frage, wenn du dann kommst und sagst, muss ich vom Brutto oder muss ich vom Netto? Das ist einfach, es liegt bei dir. Es ist eine Herzenssache. Es ist einfach, wie du glaubst. Wenn man mich fragen würde, sagt, David, für wen ist der Zehnte eigentlich? Für wen ist dann der Zehnte überhaupt gut? Und meine Antwort für alle, die das wissen wollen. Der Zehnte, den Zehnten geben, ist nur für den, der die Verheißung des Zehnten glaubt. Da breche ich es runter. Am Schluss sage ich, wenn du die Verheißung, die Gott hier verheißen hat, für den Zehnten geben glaubst, dann ist das für dich. Dann ist das richtig für dich. Weil du wirst der Richtige, derjenige sein, der das tun wird aus freien Stücken, freiwillig, Liebe zum Reich Gottes, aus Liebe zum Reich Gottes, verstehend, dass Gott etwas Tolles in deinem Leben hat. Wie viele Christen ich kenne, wie viele Menschen ich kenne, die Gott segnet, die richtig gute Erfahrungen gemacht haben, die geben Jahrzehnte, seit viele Jahre, viele Christen geben da und haben da auch Testimonies, Geschichten, wie Gott sie segnet und finanziell ist bei denen, läuft und so weiter. Ich persönlich, muss ich auch sagen, kenne keinen Gläubigen, der Erfolg hat in seinem Geschäftsleben und nicht im Geben im Reich Gottes involviert ist. Sowas wirst du nicht finden. Sowas wirst du nicht finden. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis für den irdischen Erfolg. Aber wenn wir als Christen nicht daran glauben, weil wir denken, Gott will es nicht für uns. Gott will, dass wir arm sind. Gott will, dass wir es gerade so durch irgendwie schaffen. Natürlich, so wird auch unser Geben aussehen. So wird unsere Gebenshandlung sein. Wenn wir denken, dass Gott dabei nichts herumkommen lässt, dann werden wir auch so geben. Deswegen haben wir dann auch Angst zu geben. Weil wir wissen, wenn wir es geben, ist es weg. Es ist dann verschwunden. Und wenn dein zehnte Geben so ein Geben ist, dann rate ich dir, gib nicht. Lass es. Du brauchst es eben nicht tun. Wenn du nicht glaubst an Gottes Verheißung, was das Geben angeht, dann solltest du auch nicht geben, weil dein Lohn ist nur die Selbstgerechtigkeit und das braucht keiner. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wenn du auch in diesem irgendwie, das sage ich immer wieder, wenn du in diesem schlechten Erfahrungen gemacht hast und dich gezwungen fühlst, dies zu geben und du fühlst dich daran, dann würde ich dir raten, fahre das runter, mach das nicht, lass dich erneuern aus der Gnade heraus, nimm Gottes Gnade auf, hör dich Predigten an über die Gnade und so weiter, über die Güte Gottes, über die Liebe Gottes und so weiter, wie Gott alles für uns gemacht hat. Und dann heraus wirst du eine richtige Offenbarung bekommen von dem, was Jesus Christus für dich gemacht hat und dann wirst du Sachen tun für das Reich Gottes, wissend, dass Gott dich segnen will. Du wirst es freiwillig machen. Du wirst es freiwillig machen. Du weißt, Gott liebt mich und deswegen sagt er mir das. Das gleiche war eben hier mit dem Zehnten in Malachi 3. Gott gab ihnen sozusagen ein Geheimnis oder machte ihnen wieder klar, hey, das habe ich euch nicht gegeben, damit ihr irgendwie euch abrackert oder euch schwer tut und euch beschwert oder euch sagt, oh man, ich muss wieder den Zehnten geben. Das ist genau das Problem. Sondern ihr müsst es von einer ganz anderen Sache betrachten. Ihr müsst es anschauen. Was? Wenn ich Gott den Zehnten gebe, dann wird er den Fresser bedrohen, damit er die Frucht auf dem Feld nicht verdirbt und mein Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sein wird. Und was kommt im 12. Vers? Sodass euch alle Nationen gesegnet nennen werden, denn ihr sollt ein Land der Freude sein, sagt der Herr Zeboot. Halleluja. Das ist, was ich immer sage. Gott will uns Christen zum Verständnis bringen, dass er uns leuchten lassen will in dieser dunklen Zeit, in so einer Zeit der Krise. Gerade jetzt ist es wichtig geworden, Gottes Prinzipien zu verstehen, Gottes Taktik zu verstehen. Das Gebenswerk, das Neutestamentliche, oder das Geben im Neuen Bund ist ein Werk des Glaubens, nicht ein Werk des Gesetzes. Und was ist ein Werk des Glaubens? Es ist ein Werk, das du tust, weil du glaubst, dass Gott das oder das oder jenes tun wird. Es heißt auch später, im Jakobusbrief, da schreibt der Schreiber im 5. Kapitel, ab dem 17. Vers, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selber tot. Aber es möchte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir den Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne deine Werke. Dann werde ich dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust gut darin. Die Dämonen glauben auch und zittern. Ja? Willst du aber begreifen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Ist nicht aber um unser Vater durch die Werke gerechtfertigt worden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat. Was will ich damit sagen? Geben ist eben ein Glaubenswerk. Wenn du nämlich, wir Christen stellen uns hin und sagen, Gott, ich glaube dir, dass du mich versorgst. Gott, ich glaube dir für mehr. Gott, ich glaube, du wirst mich segnen. Halleluja. Dann schaut der Herr runter und sagt dir, wo ist deine Handlung? Wo ist deine Handlung, dass du mir glaubst? Weil wenn du mir glaubst, dann tust du genau diese Sache. Du gibst dann. Wenn ich Gott glaube für mehr, dann gebe ich. Weil er hat mir gesagt, dass er will aus mir etwas machen. Schaut dir das mal an. Er hat hier gesagt, Malachi Kapitel 3, dass er will uns vorzeigen, so dass euch alle Nationen gesegnet nennen werden. Denn ihr sollt ein Land der Freude sein, sagt der Herr Zebrot. Also wenn ich will, dass Gott das macht mit mir, wenn ich will, dass Gott mich auf eine, gerade du, vielleicht hast du ein Geschäft und du hast dein Business und du hast die Sache noch, nie von dieser Sache gehört und bei dir läuft es immer so irgendwie krieglich oder es kommt irgendwie nicht voran, nicht in die Gänge. Dann ist es einfach für dich gerade wichtig, dass du diese Offenbarung bekommst. Ich verknüpfe mein Geben mit dem Reich Gottes und dann läuft es bei mir. Dann kommt der Segen herein. Warum? Weil du jetzt glauben kannst. Ab jetzt kannst du Gott glauben für das Beste. Ab jetzt kannst du Gott glauben. Ich kenne, manch einer sagt, ja, aber ich kann auch Gott so glauben. Aber nein, das gibt es nicht, mein lieber Freund. Das funktioniert nicht. Es gibt kein Werk. Es entsteht nichts. Es kommt keine Frucht aus dem, wenn du einfach glaubst. Und wir haben es gerade gesehen. Ohne Werke ist der Glauben tot. Du glaubst einfach, Gott, ich segne dich. Du glaubst. Und so fällt es eben in diese Kategorie. Die Menschen sagen dann, manche sagen dann, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Aber die Sache ist, wenn du gesegnet wärst, dann würde es auch in deinem Leben widerspiegeln. Es wird früher oder später sich entwickeln. Und ich will, dass du gerade, wenn du hier zum ersten Mal auch dabei bist, ich will dich gar nicht verdammen oder irgendwas, sondern ich will dich viel mehr einfach in diesem wieder erneuern. Wenn du gibst, und das tust du ja, du bist ein Geber, dort wo du in deiner Gemeinde bist, in welchem Dienst du auch, deine Finanzen verknüpfst, dann tue es aus dieser Haltung heraus, im Glauben, Gott wird mich segnen. Ich werde gesegnet sein. Oder gleich sagen, ich bin gesegnet. Ich bin gesegneter vom Herrn. Deswegen gebe ich. Deswegen kann ich geben. Und Gott segnet mich mehr, mehr, mehr. Und wird mich leuchten lassen, sodass die Nationen es sehen werden. Zu Abschluss ein Vers, der ganz gewaltig ist. Und der ist im 18. Vers. Da sagt er, Und ihr werdet dann wieder sehen, was für ein Unterschied ist, zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und wir sind alle berufen, Gott zu dienen. Das ist genau die Sache. Wir sind alle berufen, Gott zu dienen. Daran sind wir uns Christen doch alle einig. Und wir wissen ja, dass es auch irgendwo, wir wissen ja auch, gerade hier heißt es ja, da sagt er, Gib den Zehnten und die Opfergaben ins Haus Gottes, damit in meinem Haus Speise sei. Heute hat sich das gar nicht verändert. Ich weiß nicht, warum man das hier nicht einfach übertragen kann, auf die heutige Zeit. Das kann man ganz locker übertragen. Das Gesetzliche kannst du nicht übertragen. Aber es gibt immer noch heute Gottes Haus. Es gibt Gemeinden. Es gibt die Kirchen. Sie können ja auch nicht ohne Geld leben. Es funktioniert ja gar nicht. Das heißt, wenn du mit deinen Finanzen, wenn du es mal deinen Zehnten gibst oder über den Zehnten hinaus, wenn du spendest, wenn du, für mich, ich mag überhaupt das Wort Spende gar nicht, wenn du investierst ins Reich Gottes, sagen wir es eher so, weil das ist einfach viel mehr wahr. Man spendet nicht. Man schmeißt nicht einfach weg, sondern wir investieren in Gottes Reich. Wenn du das tust, dann dienst du damit, weil die, die sozusagen dann es empfangen, auch in Gottes Haus, die es empfangen, davon wird das Gebäude bezahlt. Davon werden auch die Reisen bezahlt. Davon kann derjenige leben, der das Evangelium verkündet. Die Bibel sagt uns, in 1. Korinther Kapitel 9, sagt Apostel Paulus ganz klar, der das Evangelium verkündet, soll auch davon leben, dass es wie Gott es befohlen hat. Das ist im Neuen Testament. Das ist nicht im Alten Testament. Er sagt, Gott hat befohlen, dass der, der das Evangelium verkündet, auch davon leben kann. So, das heißt, diese Zusammenarbeit ist einfach ein Konzept, wo im Alten Testament sichtbar ist, im Neuen Testament sichtbar ist und heute komplett aktuell. Es ist aktuell. Es hat sich nicht verändert. Es ist eine Zusammenarbeit der Geber, der Empfänger und Gottes Reich kann gebaut werden und du kannst gesegnet werden und bei dir läuft es. Und Gott hat Interesse daran. Warum? Weil wenn du noch mehr hast, kannst du noch mehr Gottes Reich fördern. Und je mehr du Gottes Reich förderst, segnet Gott dich mehr und öffnet bei dir Türen und sorgt dafür, dass es für dich anders läuft wie für andere. Nicht jeder lebt auf dieser Erde gleich. Ja, Gottes Verheißungen sind für alle. Gottes Verheißungen sind für alle. Ja und Amen. Und wir sind gesegnet alle. Aber du schellst die Sachen frei. Er hat den Segen möglich gemacht. Das heißt in Galater 3, dass der Segen Abrahams unter die Völker käme. Ja, Jesus wurde für uns zum Fluch am Kreuz, damit der Segen Abrahams unter die Völker käme. Aber ist der Segen also dann automatisch einfach vergeben? Lebst du automatisch in alle diesen Segnungen? Nein, das musst du durch deinen Glaubensschritt aktivieren. Das musst du durch deinen Glaubensschritt hineintreten. Du selber machst dich auf und sagst, ich und mein Haus werden den Herrn dienen. Halleluja. Und das wird ein anderes Leben auf diese Erde für dich bringen. Deswegen gibt es diese Unterschiede. Ja, es gibt Unterschiede. Der, wo Gott dient, aktiv, lebt ein anderes Leben, wird ein anderes Leben leben, als derjenige, der Gott nicht dient. Und das ist einfach alles. Du kannst natürlich mit Problemen, mit Krankheiten, mit finanzieller Armut, du kannst hier so leben. Du kannst auch dabei genügsam sein und einfach sagen, okay, im Himmel werde ich es mal haben. Du kannst ruhig so leben. Aber Gott hat sich das für dich nicht gedacht. Du wirst auch errettet, du bist errettet, weil Jesus Christ angenommen hat. Gott hat sich das anders für uns gedacht. Er will nämlich, dass wir hier schon auf dieser Erde das 100-fache empfangen, ja, wie die Bibel uns sagt in Markus Kapitel 10. Er will uns hier schon auf dieser Erde, will er uns segnen. Und was noch wichtiger ist, er will uns gebrauchen. Er will dich segnen und damit du ein Segen sein kannst. Für das Reich Gottes, das Reich Gottes muss man hier bauen, nicht im Himmel. Das muss man hier bauen, nicht im Himmel. Es ist einfach nur logisch. Es macht einfach Sinn. Ja, Gottes Konzept macht einfach Sinn. Ich freue mich, dass Gott uns so eine simple Strategie gegeben hat, um das, was der Teufel gegen uns versucht, hier auf dieser Erde zu tun, aus dem Weg zu gehen. Ja? Es hat was mit Glauben zu tun. Du glaubst aktiv für mehr, indem du gibst. Das ist, wie es funktioniert. Gottes Herz ist ein gebendes Herz. Und deswegen, für uns Christen sollte es eigentlich komplett normal sein. Wir sollten uns gar nicht da fragen. Aber natürlich, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, wir müssen in die Gnade zurück. Alles kommt aus der Gnade heraus. Und das Geben sollte auch in Gnade sein. Und es sollte aus einer freiwilligen Haltung sein. Und deswegen, der Zehnte ist damit überhaupt kein Problem. Vielleicht hat man mich falsch verstanden, dass ich gesagt habe, dass, ja, dass der Zehnte schlecht ist oder irgendwas. Nein, es ist nicht schlecht. Es ist eine ganz gute Sache. Es ist eine wertvolle Sache. Vor allem für die, wo ein Segen dadurch tragen, wo Gott sie segnet dadurch. Gott zeigt auch individuell Menschen auf, wie viel sie geben sollen, was sie geben sollen. Und vielen tut Gott diese Offenbarung des Zehnten auf und haben dort sehr gute Erfahrungen. Somit ist der Zehnte, du musst ihn nicht halten als eine Gesetzespflicht, aber du darfst ihn geben, aber im Wissen, dass Gott dich segnen will. Ich freue mich, dass du dabei warst, dass du bis hier geschaut hast und ich glaube, dass du was mitnehmen konntest. Sei ein Segen für das Reich Gottes und lass dich gebrauchen. Gott segne dich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.